Willkommen zu einer neuen Folge von WoW Pests. Heute zeige ich euch den schnellen Lilla Falkenschreider. Ein recht schönes Tier, gut eigentlich mehr für weibliche Chars geeignet finde ich. Vor allen Dingen halt nicht unbedingt für ein Ork, aber das soll jetzt mal keine Rolle spielen. Immerhin Reitier, man braucht nicht laufen. Springen mit den Flügeln ist eigentlich ganz witzig während der Bewegung. Stand schlägt dann auch ein bisschen mit den Flügeln, wenn man die Leertasche drückt und hebt den Kopf. Das ist nichts besonderes, da gefällt mir so ein Mammut oder so, vorne hoch geht eigentlich besser. Aber egal, ich hoffe euch hat es gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal auch wieder rein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, danke, tschüss. . Ja.